ja hallo jetzt wieder hannelore drews von der hobby company aus quickborn und es ist erdbeer zeit und ich habe kürzlich schon mal diese kleine verpackung mit der zierschachtel gezeigt und ich brauche noch ein paar weitere dekos und da wollte ich einfach mal ein paar anhänger machen ja das geht natürlich ganz simpel hier mit der herz stanze so ich nehme am liebsten sieben teile aber es geht natürlich auch sechs gar kein problem das ganze wird einfach in der mitte gefalzt und zusammengeklebt ja und so sehen dann meine fertigen erdbeeren aus ich habe da zwei varianten ja das war es jetzt hier in kürze es hat neulich jemand gesagt das interessiert ihn überhaupt nicht was ich so noch da dabei sage sind nur daran interessiert was ich hier zeige okay jetzt habe ich das mal so umgesetzt ich wünsche dir viel spaß mit den erdbeeren und sagt tschüss und